Hallo und herzlich Willkommen zurück bei The Forest Wo es gerade Nacht ist und ich frage mich, warum sitze ich hier eigentlich mit Sonnenbrille Ich habe gedacht, es ist Tag und ich kann sagen, oh es blendet so Ich habe eine Sonnenbrille auf, weil es hier so blendet im Wald Aber jetzt habe ich gerade einen Spielstand geladen, es ist Nacht Da ist der ganze tolle Effekt weg, warte So, Sekunde, ich, oh jetzt sehe ich wieder, das ist sehr schön Ja, Spielstandladen hat geklappt gerade Und ich habe mir bereits sagen lassen, alle Dinger, alle komischen Trophäen hier Diese ganzen Effigies werden zu Arm-Trophäen, also zu Arm-Effigies Wie auch geschehen, ich schaue mal ganz kurz in den Inventar Es ist alles da Das ist ja phantasterös, da können wir ja was ganz Neues anfangen Hier ist eine Falle, die Falle ist auch wieder neu gestellt, glaube ich Ich glaube die Falle ist neu gestellt und hier ist eine Feder Die schnappe ich mir, ich weiß gar nicht was sie bringt, aber egal, ich habe sie Und ähm Mein Problem ist, dass es jetzt hier Gerade sehr hell ist, wo ich aufnehme, ich spiegel mich im Monitor und hier ist es gerade sehr dunkel Das heißt, es ist aber, der Mond ist da Ist es gerade Nacht oder Tag? Ich sehe keine Sterne Doch, ich sehe Sterne, wenn ich genau hingucke Sehsterne Äh, das heißt, ich gehe jetzt erstmal ganz kurz Ich hau mich wieder hin, die Folge fängt damit an, dass ich schlafen gehe Das ist total super Gestern kam keine Folge, weil aus Gründen Und jetzt muss ich erstmal ganz kurz gucken, dass wir hier wieder Einigermaßen klarkommen, jetzt müsste es aber gleich wieder Immer noch Sterne Ah, es wird aber wieder Tag Wir haben ja permanent nur Hunger Ich war mir unsicher, ob es vielleicht jetzt irgendwie an mir liegt Oder Ich habe nichts zu essen dabei, na super Hau ich mir erstmal einen Snickers rein, das äh Bringt uns auch nicht allzu viel Ich guck mal ganz kurz, ob ich irgendwo einen Leguan finde Ein Lurch Lurch, Lurch, Lurch Ich habe immer Angst, dass die gleich Eingeborene kommen und mich zu siebt wieder Wegzwirbeln Das ist ein Schatten, okay Vor allem sehe ich jetzt hier gar nichts, weil es hier gerade Tag ist Da fliegt ein Vogel Und die Bäume sind natürlich alle wieder da Es wurde gesagt, die Bäume werden gespeichert, aber die Bäume sind alle wieder da Also das, äh, die abgeholzten Bäume werden gespeichert, hieß es, aber Naja, hier sieht es jetzt wieder aus wie schön mitten im Wald So, ich gehe mal dem Sonnenuntergang entgegen Dem Sonnenaufgang entgegen, Entschuldigung Und such hier mal ganz kurz irgendwas Hier wird doch was zu, was zu schnabulieren sein, ich sehe nur nichts Hunger Ich sehe wirklich gar nichts, hier ist wirklich gerade alles schwarz auf schwarz Da Das ist ein Vogel, der da flimmert Ich gehe mal ein bisschen hier landeinwärts Haben wir, wie viel Blätter haben wir denn momentan dabei? Wir haben momentan 216, da packe ich jetzt nicht den Arm aus Obwohl es mit dem Arm schneller geht, glaube ich Vögel essen geht jetzt auch nicht, ne? Piep! Ich meine natürlich, piep Das konnte ich leider gerade nicht probieren Ich frage mich, hier muss noch irgendwo ein Snack rumlaufen Alter, mein Magen hängt mir schon wieder in den Kniekehlen Eingeborene hängen hier nicht rum Essen können wir Eingeborene leider auch nicht Hm Also bevor wir weitermachen, ganz kurz die Versnackulierung Das muss auf jeden Fall stimmen Nur wenn der Magen voll ist, können wir survivalen Weil sonst bringt das ja nichts, wenn wir verhungern Brauchst dir ein schönes Haus, kannst aber nicht essen Ja, Vogel! Vogel essen geht auch nicht Vogel! Aufm Kopf, Junge! Geh mal einen Schritt vorwärts Aufm Kopf! Aufm Kopf! Ach, der ist schon tot, der aber nicht Okay, und der? Ich bin unsicher Ich bin einsam auf der Insel, ich sammle tote Vögel Wieso kommen die eigentlich alle zu mir? Die sehen doch, dass ich ihre ganzen Kumpel umhaue, dann landen die alle hier Alter, also die Wahrscheinlich stink ich nach Würmern Was ist denn grad für ein Matschgeräusch? Ist aber kein Eingeborener Na gut, ich will aber gar nicht so um mich schlagen Ich möchte was essen, Freunde Ich würde gerne zarte Spatzen anknabbern Vor das Schlachtfeld Ähm, 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 ähm Und wisst ihr was? Ihr habt recht Wir lassen diese komische, krumme und schiefe Behausung mal hinter uns Ich hoffe, das kriegen wir in dieser Folge hin Erstmal muss ich was essen, wenn hier aber nicht gleich was Wenn hier nicht gleich ein Lurch auftaucht, ganz ehrlich, dann Dann fresse ich Mulch Hier ist ja nix, hier ist kein, 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 kein Nischen Hier war alles voll, alles Alles voll Hier ist ja nichts Ich habe Hunger Wenn ich Hunger habe, werde ich ungemütlich Ähm, also mal ernsthaft, gibt's hier überhaupt noch irgendwelche, irgendwelches, irgendwelches Gefiech? Huch, das wollte ich gar nicht, ich wollte den hier Es wäre natürlich doof, ich habe ein bisschen Angst davor, dass es jetzt nach dem Save Game Nichts mehr zu essen gibt hier, also kein Viehzeug mehr gibt Das wäre ein wenig doof Ich meine ganz ehrlich, hat der eigentlich, das würde ich gerne mal ganz kurz sehr sehen Es soll ja auch heißen, oder es hat ja geheißen, dass auch Blaupausen abgespeichert werden Also wenn man, wenn man jetzt irgendwas irgendwo hinbaut Und das nicht fertig stellt, dann sind das ja diese Blaupausen, diese halb durchsichtigen Gebäude oder Sachen, die rumstehen oder rumfliegen Und es heißt, dass die jetzt auch mit abgespeichert werden, ich hoffe nicht Denn unser komisches, krummes und schiefes Haus war jetzt nicht wirklich Von einer wunderschönen Eleganz geprägt Ich guck mal ganz kurz hier oben Es sieht aber so aus, als wurde da nichts gespeichert, Gott sei Dank Das heißt, das, was wir hier hingeklumpt haben, ist nicht da, nur diese, diese Vergewaltigung eines Fords Und ich komme jetzt doch wieder dahin zurück, wo ich weiß, dass es was zu essen gab Ansonsten gehe ich gleich mal zum Teich und schau mal da Aber auf jeden Fall, die Energie geht echt bedrohlich runter gerade Hier ist nichts Ich esse jetzt den Busch Hm Kommt man eigentlich zur Insel da hinten? Ich sehe da jetzt keine Haie Was wahrscheinlich nicht heißt, dass keine Haie da sind Wahrscheinlich Salma Hayek Entschuldigung Ich höre Schrittgeräusche Ich kann ja auch easy schwimmen im Wasser, während ich mega Hunger habe, das ist gar kein Problem Es ist ja meistens umgekehrt, mit vollem Bauch soll man nicht schwimmen, mit leerem Bauch ist das egal Schrittgeräusche So, wir kommen langsam In bedrohlicher Atemnot Ich habe leider Low Energy Ich habe leider nichts zu essen dabei mehr Glaube ich Nichts zu essen da Mutter bei mehr Da blinkt ein Stein So, keine Haie Da oben ist eine Kante oder irgendwas Ich bin mir nicht ganz sicher was es ist Haben wir hier Eingeborene? Haben wir hier Beeren, 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 Beeren Sind das die Guten? Ich glaube ja So Na Jot sei Dank, da kriegen wir wenigstens ein bisschen was im Bauch Nam 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 Ganz ehrlich, wenn ich hier 50 Büsche abfressen würde, da wäre ich doch irgendwann satt Das Schöne ist, hier könnte man sich theoretisch ein Haus draufbauen Ich glaube es wäre sogar einigermaßen safe Ich glaube das Problem ist einfach nur Dass man von hier aus nur sehr schlecht irgendwo anders hinkommt Das heißt wir könnten uns theoretisch eine Brücke darüber bauen Was mich auf eine Idee bringt Aber erstmal bevor wir jetzt was bauen würde ich gerne wissen Gibt es denn überhaupt, ich schwimme jetzt mal wieder zurück natürlich Der Bauch ist fast voll Äh, gibt es denn überhaupt eine Mö- Warte wie das aussieht Ich will jetzt nicht, da will ich genau Kann man auch tauchen? Ne, nur nach oben Ähm, gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit Jetzt wieder Essen zu finden Weil wenn wir kein Essen finden, da hinten baut sich unser Fort ganz langsam wieder auf Wenn es keine Möglichkeit gibt was zu essen Was ist denn das da vorne am Ufer? Ist das eine Holzkante oder was? Das sieht so schräbig, so schräg Schrägig, schäbig aus Schäbgurwara Hat das da aufgestellt Die Witze werden immer besser, immer besser Das, äh, das Niveau steigt von Folge zu Folge So, jetzt würde ich erstmal gerne wissen Gibt es hier überhaupt noch irgendwas zu essen? Weil wenn es keine, keine Leguanen mehr gibt Und keine Häsekens Die hier immer in Hülle und Fülle streuchten Dann, äh, können wir es auch gleich knicken Dann brauche ich auch weder hier bauen noch irgendwas anderes machen Hier rührt sich nix Ich geh mal kurz oben zum See Ich hoffe da werden wir nicht überfallen gleich Ähm Bäume sind alle wieder da Haben wir alles so sorgsam abgeholzt Und zack ist alles wieder da Aber damit haben wir ja ehrlich gesagt auch gerechnet Und darauf gebaut ein bisschen Nicht, dass die uns hören Sollte der See nicht hier irgendwo sein? Ich dachte hier wär irgendwo der See Ich dachte hier wär irgendwo der See Glaube ich Glaube ich Eine davon Müsste eigentlich hier sein Hier kommen wir dann immer raus Ich möchte da auch gar nicht reingehen in die Höhle Die kennen wir ja auch schon Das ist jetzt nicht so mega spannend Ähm Ähm Aber ich dachte da war jetzt Irgendwo der See in der Nähe Da müsste da in der Nähe sein Wenn man den Berg hoch geht Ist ja der Absturz Die Absturzstelle vom Flugzeug Ja Mir fällt auf Wir sind eigentlich immer nur am Strand lang spaziert Aber nie so richtig durch den Durch den Wald selbst Jetzt kommen wir hier oben auf den Berg Was ist das denn da? Ah Die Nachbarn Die haben bestimmt was zu essen Oh Oh Ich ziehe dich Oh Oh Der Baum brennt Oh die ist so süß Weißt du was? Komm runter Äh Wenn du nicht zu mir kommst Komm ich zu dir Glaub ich Ah Du bist so wunderschön meine kleine Exotin Oh bist du schön Oh Das blöde ist die kann ja auf Bäume klettern Und ich kann es nicht Aber offenbar kann ich auch gut gegen die Wand laufen Na komm ich geb dir ne kleine Kreuzmassage Hm? So Schnucki Hm Fröhlichen Valentinstag Ich habe dich geliebt Ich habe dich geliebt Hallo ich bin festgefroren Jetzt kann ich wieder Ich habe dich geliebt Geliebt Habe ich dich geliebt Atmet sie noch? Ich glaube nicht Ich lass sie da jetzt mal liegen Ich ähm Werde sie mal nicht in einzelne Körperteile zerlegen Obwohl ihren Kopf könnte ich mitnehmen Und immer küssen wenn ich mich einsam fühle Wenn der Kopf genug verschimmelt ist Dann fangen ja ihre Lippen wieder an sich zu bewegen Bäh Oh Pilze Sollte man vielleicht nicht unbedingt essen Ich bin mir da gar nicht so sicher Ob Pilze gut für einen sind So hier sind wir also im Bergdorf Da waren wir eigentlich so gesehen noch nicht Das finde ich sehr schön Was ich nicht so schön finde Wir haben schon wieder Hunger Und das Problem ist Es gibt einfach keine Kaninchen Und keine Lurche mehr Dahinten ist da einer angebunden Ich dachte gerade da steht wieder einer Hier liegen überall tote Eingeborene rum Warum? Und was ist das hier für ein Will ich gar nicht wissen Warum liegen die hier? Hey das ist hier so ein CD-Verkäufer Das sind irgendwelche alten CDs von DJ Bobo um den Hals Aber ganz ehrlich Da würde ich mich auch umbringen Und da hinlegen Da liegen irgendwelche Sachen Das hier sind giftige Büsche Und wir sind langsam echt außer Atem Und es gibt nichts mehr zu essen Ich habe jetzt in dieser Aufnahme Seit dem Laden Habe ich nicht ein einziges Kaninchen Und nicht einen einzigen Lurch gesehen Nirgends Das heißt wir werden Vor Hunger sterben Ich bin so verzweifelt Ich zieh mir sogar schon Pilze rein Was ich für keine gute Idee halte So So Außen bringen die ungefähr gar nichts Wenn ich da nach unten gucke Okay wir sind irgendwo auf dem Berg Haben wir hier Sind die Espa Die sehen Espa aus So So die wachsen aus dem Fels Sehen auch Espa aus Und hier unten Ich würde jetzt gerne Ach man das wäre so schön Das ist das gleiche Dorf wo wir schon mal waren ne Wir kamen nur von der anderen Seite Das heißt der See ist in diese Richtung Da drüben ist da Ist die Absturzstelle vom Flugzeug Die random Absturzstelle Die wir sonst ab und zu mal hatten Oh Pilze Ich halte das mit den Pilzen Immer noch für keine gute Idee Einfach so zu essen Das ähm Ja Vielleicht sind Giftpilze noch nicht implementiert Ich weiß es nicht Jetzt wissen wir auf jeden Fall Es gibt hier Eingeborene Also diese Die haben oftmal mitgeladen Ich frage mich nur Hier waren auch immer Kaninchen und Lurche Aber hier ist alles leer Hier sind die Beeren Ich glaube wir werden verhungern So macht es aber ehrlich gesagt nur wenig Sinn weiter zu spielen Weil wir können uns nicht nur von Beeren ernähren Wir brauchen ja Lurche und Kaninchen Lurche Zeig mir mal deinen Lurch Also nein wirklich nicht Nein Bitte nicht Das war keine Aufforderung Es war nur ein Spruch Ähm Hier müsste gleich der See irgendwo sein Wenn ich noch einmal See sage dann Hier ist der riesige Baum Da ist der See Dieser Baum ist übrigens auch heilig Hier müssten die Eingeborenen eigentlich auch immer wieder kommen Hier gibt es auch wieder essbare Büsche Koffer gibt es hier auch Ich mach die jetzt gar nicht auf Weil ganz ehrlich Wenn wir hier keine Wenn wir keine Tiere mehr haben außer Vögeln Dann bringt das nichts Dann werde ich gleich versuchen nochmal zu laden Und dann werde ich versuchen gleich nochmal Ich gehe nochmal ganz kurz runter Weil es so danach aussieht als könnte man hier bestimmt runter gehen Uah Alter Scheiß Gewitter Ich habe gerade an Fallschaden gedacht Plötzlich gewittert So Fische haben wir hier auch nicht drin nehme ich mal an Nein haben wir nicht Oh Oh Okay hier drin sind die Beeren offenbar begiftig aber nur der Eine Busch Oh Das ist mir aber peinlich Haben sie einen Giftbusch dahin gepflanzt Wie gemein Der den man nicht sieht Boah ihr Säcke So wir sind immer noch Äh Ungarisch Das heißt wir werden auf jeden Fall Ne wir können ohne Kaninchen und ohne Lurche können wir nichts anfangen Das bringt nichts Das heißt wir werden wahrscheinlich wieder neu anfangen müssen Ich werde nochmal versuchen zu laden Ich glaube nicht dass es was bringt Das heißt wir werden Was jetzt auch nicht schlimm ist ehrlich gesagt Weil ich muss sagen mit dem Mit dem fort bin ich jetzt auch nicht zufrieden Huch Verdamm ich Jetzt haben wir in der Folge nichts gemacht Außer eine Freundin zu massakrieren Und Essen zu suchen Aber naja es ist ja ein Survival Game Das größte Survival findet immer noch gegen das Spiel statt Nicht gegen die Eingeborenen Nicht gegen den Wald Sondern immer noch gegen die Bugs vom Spiel Findet das größte Survival statt Ich glaube das ähm Ja Das haben wir jetzt verloren gerade Pass mal auf ich mach mal folgendes Ich lade jetzt nochmal Das may take a moment übrigens Das laden may take a moment In der Zeit vielleicht einfach mal ein Morscherie Äh Morscherie ist ja ekelhaft Äh vielleicht mal ein Ferrero Rocher Essen Oder eine Milchschnitte Oder irgendwas Es dauert ein bisschen Und ähm Ja ich sitze hier so lange einfach rum Ist da eine Schnarke? Nein ich dachte gerade da fliegt eine Schnarke Ich habe hier noch keine Schnarke gesehen Los Angeles gibt es glaube ich gar keine Schnarken Ich habe noch keine hier gesehen So das sieht richtig aus Hungry find something to eat Ich gehe jetzt mal schlafen ganz kurz Der Spielstand den wir vorhin geladen haben Dann zünde ich hier nochmal ganz kurz an So Lasst es brennen Junge Und ich gehe mal ganz kurz nach unten gucken Ob wir da vielleicht jetzt Ist aber noch zu dunkel dafür Wir können also auf die Insel Da möchte ich mal was ausprobieren Wenn wir diesen Spielstand schon eh nicht gebrauchen Ich zünde hier mal ganz kurz die Hände an Die Hände zum Himmel Komm lasst uns fröhlich sein Ähm Ja Kaninchen sind wieder da Ich freue mich So pass auf Dann würde ich sagen Wir nehmen mal diese Axt Weil die ein bisschen schneller ist glaube ich Ah Survival Es lag also tatsächlich am Spielstand Es lag nicht an mir Survival Was? Survival So Da kriegen wir auch gleichzeitig noch ein bisschen Rüstung Nicht zu weit in den dunklen Wald vorwagen Da hat uns die Großmutter vorgewarnt Ähm Hier ist noch ein Kanickeli Aber die brauchen wir gar nicht Kanickel kann man nicht mit Steinen abwerfen Nur mal ganz kurz nebenbei Es geht momentan definitiv nicht Es geht momentan definitiv nicht sich ein Kanickel zu fangen Und zu tamen und zu züchten Es geht momentan einfach nicht Das äh kommt später noch Also egal wie viele Wahrheiten Einige von euch in die Kommentare schreiben Wie es funktionieren soll mit Fallen Mit Steinen werfen Mit Kleinen oder sonst irgendwas Es geht momentan definitiv nicht So Ähm Eigentlich hätte ich gerne noch ein Leguan Aber weißt du was Ich geh erstmal speisen Danach können wir immer noch gucken Merken also Beim Spielstand laden ab und zu die Tiere nicht mit Dann einfach normal laden Und dann Sind die Tiere vielleicht wieder da Und die Falle Kann man momentan Die kann man zwar schon resetten Normalerweise Momentan geht's aber nicht Was mit den Gärten ist Weiß ich nicht ob die speichern Da hab ich gar keine Ahnung von Ich hau mir jetzt erstmal Einen leckeren Lurch auf den Grill Dann wird gefratzt Und dann geht's los Mit dem Wanderstab Oh Ich nehm hier grad meine Bude auseinander So und ich würde sagen Wir bauen uns irgendwo Noch ein neues Imperium auf Ich hoffe wir schaffen das auch ohne Einwohner Also ohne dass wir sterben meine ich In dem Sinne Komm gib mal her den Lachs Lalalalalalalala Lachs 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 So lecker Ein echtes 5 Sterne Menü Wenn man 4 Sterne abzieht So jetzt äh Ich nehm mal diese Axt hier Wir holen uns dann auch nach bester Möglichkeit noch die Beste Axt Nach bester Möglichkeit Äh was ich gerne machen würde Das hatte ich Huch das hatte ich vorhin ja schon mal angedacht Das wir das mal probieren Erstens Mh 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 Probieren Ich weiß nicht ob es geht es wurde sich gewünscht deswegen würde ich sagen wir können es mal probieren custom building mit einer plattform Das geht so nicht ich weiß noch nicht genau wie man es anstellt Ich hoffe das geht Keine ahnung Man kann es stapeln man kann es aber nicht aneinander kitten okay Wenn ich jetzt hier zurück gehe zu diesen dingen Dann kann man eine wand daraus machen das ist ja ganz vortrefflich Das probleme ist die dinger baut er dann natürlich immer auf dem boden was passiert wenn ich jetzt hier schwimme Natürlich kann ich da unten eine wand bauen na klar dann bauen wir rapture nach huch Ich dachte gerade kaum einwohner So hier können wir also bei der plattform können wir quasi diese dinger irgendwo drauf bauen das ist natürlich ganz Formidabel bringt uns momentan aber nix ich würde nämlich gerne ehrlich gesagt Äh ich weiß nicht genau wie man es anstellt So die kann man aufeinandersetzen das ist total super aber wenn wir die jetzt hier weiter bauen dann gehen die natürlich auch Ne Under the sea under the sea Baby it's better down where it's wetter take it from me Die Hier bringt uns ein wachturm relativ wenig Ich wünsche man könnte diese dinger hier irgendwie abreißen Ich probiere mal einfach weiter ist ja egal wir haben ja zeit wir werden wahrscheinlich sowieso noch ein wipe mitmachen vermute ich mal Das heißt ich probiere mal was ist denn wenn ich jetzt hier so ein ding hinsetzen da einfach eine wand Das hat ja nur eine wand die drehe ich mal so So habe ich jetzt eine wand und da möchte ich jetzt gerne nur mal testweise so gut kenne ich das spiel nicht Da möchte ich jetzt testweise so ein boden hinbau ein bo ein bo ein bo ein Ein boden dann möchte ich das weiteren da noch mal ein boden hinbauen Dann möchte ich das weiteren Da noch mal Das könnte gehen wir könnten uns tatsächlich eine brücke hier rüber bauen Vorausgesetzt die eingeborenen lassen uns bauen war uns dann eine brücke rüber und dann können wir vielleicht auf die Andere seite theoretischen haus bauen so ein sommerhaus da stört uns ja eh keiner Die brücke geht ein bisschen aufwärts gut aber Kann ich das da Pass auf wir fangen mal ganz kurz damit an wir haben jetzt hier gut jetzt haben wir diesen komischen dieses podest dahingestellt ist aber egal Die brücke könnte man ja das ist ja hätte man vielleicht auch eine tür hinbauen können ist aber jetzt scheißegal wir gehen mal ganz kurz ein paar bäume fällen Und dann probieren wir mal ganz kurz auf eine brücke rüber bauen können zu diesem eiland dass wir da gesehen haben und dann Mal schauen was draus wird so du fällst bin ich So Hört man nicht das maus klicken wenn ich hier wie so ein irre auf der maus rumklicke beim bäume fällen ich würde gern einfach die maus gedrückt halten dann passiert aber folgendes Nichts So Dann kloppen wir uns den mal weg hier Lalalalalala ich glaube mit der dicken also mit der selbst gebastelten axt geht es tatsächlich besser als mit der hier Und wieso Hä Was hat denn der mit dem augenmaß Bester baumfäller ever Ist das zwei bäume Ne Das sind Hä Da ist ein baum im baum Das ist ne baumception So ich fäll hier mal am strand alles Was war das denn Habe ich gerade irgendwas umgebracht Das hat gerade so gemacht So ich schaue mal immer ob es die eingeborene gibt aber die machen ja eh plink ploink ploink Insofern müsste eigentlich alles in Ordnung sein So das war er Ich fälle hier einfach alles was am was am was am ufer steht Huch da hinten ist der baum So der kommt auch weg Die sind eh schon so ein bisschen moderig weißt die fangen schon an zu stinken Da mal so ein greenpeace auftrag wir sollen hier die bäume mal weg weg machen damit die anderen bäume die jüngeren bäume auch ein bisschen sonne kriegen hier hinten Wir bauen ja hier im naturwurz gebiet deswegen dürfen wir das auch machen Ich bin eine naturwurz und das hier ist mein gebiet So so setzt sich das nämlich zusammen So und hier kommen die eingeborene machen ja auch ab und zu ihre patrouille hier ne Insofern müsste das eigentlich ganz interessant sein wenn die auch immer keine bäume mehr hier haben Aber ich glaube es wird sich einfach sowieso nichts ändern So ich hoffe nur da kommt jetzt keiner vorbei weil wir momentan ein bisschen schwach auf den Beinen sind Plink ploink So komm schon Wie können die mich nicht gesehen oder gehört haben wie ist das möglich Vollidioten Ich rödel da den halben Wald ab und die gehen einfach weiter und ignorieren mich Ich fühle mich vernachlässigt So kann ich hier Na das Ding kann ich bauen aber hier nicht oder was Doch So die eine Scheidewand braucht man theoretisch nicht Schön wie hier alles blinkt Okay ich gehe mal ganz kurz was zu fratzen holen und dann machen wir weiter So das dürfte ja ich kann eh nicht so weit rennen Jetzt gucke ich nur dass hier wieder keine eingeborene kommen Ich mache mal so ein bisschen Etappensprint damit das schnell wieder auflädt dann können wir mal schnell weiterlaufen Etappensprint ist ganz praktisch wenn man keine Energie mehr hat Kann man einfach mal ein Stück laufen ein Stück gehen Ein Stück laufen ein Stück gehen das funktioniert ganz gut Auf die Weise kann man trotzdem weit kommen Es sei denn Eingeborene sind an einem dann Bunsen jetzt nicht mehr ganz so gut So Ich hau mir ein Lurch auf den Grill Bisschen anfachen und dann Hängen wir hier an unserer hässlichen Behausung rum Wo auch wieder Bäume drin sind Eigentlich müssten wir die auch alle wieder rausschlagen Weil wir sonst auf jeden Fall nicht geschützt sind vor Eingeborenen Na komm gib her Bäume fällen können wir jetzt eh nicht mehr mit der wenigen Energie Das heißt wir essen jetzt erstmal Zack ist es eh fertig und dann Komm mir vor als wären wir mit dem Hammer hier schneller Ich weiß nicht warum Vielleicht weil es so ist So Ich hau mir mal die Bäume hier oben Einfach nur damit wir die nachher nicht irgendwie Wenn die Herren Eingeborenen kommen sind Die Bäume dann auch weg dementsprechend Damit die hier nicht rumspringen können im Lager Nur vorsichtshalber Weil die nicht gespeichert wurden Die stumpen So Der hier kommt auch gleich mit Ich hab immer Angst dass mir so ein Baum auf den Kopf fällt Aber das geht glaube ich gar nicht Ich dachte gerade ich hab wieder Pling Ploin gehört Aber das war glaube ich Was anderes Na komm Wie dynamisch Äh So Dann hätten wir da noch den Baum Den würde ich auch gerne weg machen Und dann haben wir erstmal ein paar Baumstämme Und dann können wir mal gucken Ich weiß nicht genau wie viele Baumstämme wir für eine Brücke brauchen Das kann ich euch momentan noch nicht sagen Aber wir werden es bestimmt gleich gemeinsam herausfinden Ich mag Äpfel Was magst du? Ah Aua So Apfelbäume und so Müsste es theoretisch ja auch noch geben So Ist hier auch keine Reisegruppe in der Nähe? Nein Interessant wäre es wenn man später noch auf einen anderen Überlebenden treffen würde Der sich selber irgendwo ein Lager aufgebaut hat Aber ich glaube dann würde man sich entweder bekämpfen Oder weiß ich auch nicht So Hier liegen überall Baumstämme rum Das ist ja ein Geschenk Nehm ich mal diese hier Und diesen hier Und dann Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen hin und her laufen Das tut mir natürlich leid Aber es hilft ja nix So Klopp 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 Ich frage mich wenn wir dann laden Wir bauen das Ding da drüber Und wenn wir dann laden Dann müssten ja eigentlich alle anderen Dann müsste das Blueprint ja verschwunden sein Was da noch steht von der Wand So dass wir wirklich nur ne Ach das war ein Blatt So dass wir wirklich nur ne Brücke haben Und nichts anderes mehr Dass dieses Ding da verschwindet quasi Weil man den Boden ja sonst nicht alleine bauen kann Allerdings müssen wir die Brücke auch in einer Aufnahmesession fertig bauen Da kommen wir nicht drum rum Weil Äh Wir können ja nur an Blueprints anknüpfen Sozusagen Wir können den Boden der Brücke also nur weiter bauen Solange hier alles noch als Blueprint vorliegt Also das letzte Stück noch als Blueprint vorliegt Anders geht's ja nicht So Kommt man gut rüber Ich lasse mich überraschen wie das funktioniert Und ob das funktioniert Und vor allen Dingen Ob die Eingeborenen uns da hinten auf der Insel überhaupt kriegen Aber ich glaube eher nicht Ganz ehrlich Ja Sauberkeit halber Würde ich dann direkt nochmal speichern Wenn die Brücke fertig ist Nochmal speichern Nochmal laden Damit diese überschüssigen Blueprints weg sind Und wir hier quasi mit dem sauberen Spielstand starten Sind zwar die Bäume wieder da Aber das ist ja glaube ich Dann nicht so wild Ich mache jetzt erstmal die Brücke Das wird ein bisschen dauern Hm Oh Guck mal wer da hinten läuft Der Handymann Der Mann mit den Händen Mit seinen Freunden Okay wir haben noch Energie Haben wir noch Hunger Haben wir nicht mehr so viel Haben wir nicht so viel Wir lassen die da hinten mal rumlaufen Da könnt ihr ja gerne forschen Wie sie fröhlich sind Mit ihrem kleinen Abenteuerclub Und wir Schnappen uns einmal die Bäume von hier Damit sie ja Hier sieht sie auch aus Alter Schwede Wenn wir ja Besuch kriegen Das muss denn der von uns denken Liegen ja überall halbe Bäume rum Hatte ich früher im Kinderzimmer auch immer Immer so halbe Bäume rumliegen Oh ein Lurch Wir müssen noch ein Lurch fangen So Mit einem Auge auf die Hungerleiste Es wurde festgestellt Man kriegt sehr schnell Hunger Jetzt Dann würde ich sagen Wir holen die Bäume aber wieder von hier Dann geht es ein bisschen schneller Wir müssen ja nachher eh noch pennen Das heißt wir können dann eh Bäume Da hinten rausholen Im Wasser müssten wahrscheinlich Auch noch ein paar Baumstämme sein Ich nehme erstmal die Ich fühle mich relativ sicher Ich weiß gar nicht warum Ist meistens trügerisch So Brücke wird langsam Problem ist Wir müssen halt wirklich tausendmal Hin und her laufen Und wir dürften das letzte Ding Nicht zu Ende stellen Wir müssen dann wieder Blueprints dran bauen So hochmotiviert wir hier gerade Hin und her laufen Aber Das darf uns nicht passieren Hier unten liegen auch noch Baumstämme Ne Nehme ich die mal mit Eine Brücke zu der Insel Unten einem großen grauen Berg Der ist freundlich und kann sprechen Und er setzt sich auf den Zwerg Ja der Zwerg Das ist ja Otto Aber nein der ist ja tot So Ähm Da hinten Ich glaube wir werden noch ein bisschen fällen müssen Aber das werde ich Huch Kommt der denn her Hm Wir werden noch ein bisschen fällen müssen Das werde ich aber nicht mal in diesem Tag machen Sondern da werden wir vorher pennen gehen Weil es sieht schon wieder so aus Als würde es bald Abend werden Tja das wird offenbar eine Brücke Haben wir ein bisschen sehr weit landeinwärts gebaut Weil ich mir so ein bisschen unsicher war Aber Ich wollte ja unbedingt alles richtig machen Und dann macht man meistens alles falsch Aber so falsch ist das gar nicht Es funktioniert ja So Dann düse ich mal hier hin Wo sind die Bäume? Da Ich achte immer auf den Pling Ploing Aber noch war keins Essen müssen wir auch gleich wieder Das heißt wir schnappen uns gleich einen Lurch Düsen nach Hause Von da können wir auch ein paar Baumstämme Bäumstämme sammeln So Fluck die Also wenn wir da drüben nicht sicher sind Da habe ich noch nie einen Eingeborenen gesehen Ganz ehrlich Liegen hier noch Baumstämme rum? Nö Dann gehen wir jetzt mal ganz kurz dahin Ich glaube eine Tour schaffen wir noch Äh Ich würde aber unterwegs gerne schon mal Das sind Anlockgeräusche Ich verströme gerade Lurch-Pheromone Um sie anzulocken Strömen Strömen Lurch Lurch Okay ich glaube meine Pheromone sind scheiße Ich sehe keinen einzigen Lurch Blink Ploing Alter bleib doch mal Ich habe Pheromone Survival Scheiße Ah Man spricht dabei vom sogenannten Blind Lurching Das habe ich gerade vollzogen Einfach blind einen Lurch fangen Okay Ein bisschen was haben wir noch im Bauch Ich würde sagen eine Tour machen wir noch Jetzt ist ja es sowieso schon sehr dunkel So dann haben wir die Baumstämme von zu Hause auch mal ein bisschen weggeräumt Damit es ja nicht ganz so scheiße aussieht Mal sozusagen das Zimmer aufgeräumt da Ja ja ist ja gut Okay ich mache wieder Etappensprint Lalalalalalalalalalalala Und wie man sieht Etappensprint funktioniert ganz gut Jetzt wieder ein bisschen gehen Der Sprint lädt relativ schnell auf Das heißt wir können relativ schnell weiterlaufen Und die Sonne geht gerade unter Die Strahlen stehen sehr tief So und mit der nächsten Rutsche Haben wir dann auch schon Wenn wir morgen früh loslaufen Haben wir dann quasi schon Das letzte Blueprint angefangen Mit den Baumstämmen Das heißt wir können dann da hoffentlich weiterbauen Ich gehe jetzt erstmal ganz kurz Etappensprint Wir kochen uns jetzt was schönes zu essen Da ist ein Baum der eigentlich noch weg müsste Aber egal Die Feuer lasse ich aus Damit wir hier eventuell Mit ein bisschen Glück nicht gesehen werden Hier sind die Baumstämme Die wir morgen früh mitnehmen So Hauptsache nicht brennen Okay Lurch Wie immer gibt es eine leckere Lurch Die retten uns hier echt so ein bisschen die Lage Wie ist die Lage? 16 Loks brauchen wir noch Ich glaube 6 davon brauchen wir Das Unterding Oder 10 für die Hä Wofür brauchen wir denn noch So viele Loks Ach ja Wir haben ja noch eine So eine Querwand Hier so eine stehen Aber die brauchen wir Eigentlich nicht So komm Gib Essen Äh Toll So gegessen haben wir auch Und dann Geht's ab ins Schlummerland Äh Geht's ab ins Ab ins Schlummerland Ich glaube Ich glaube es ist gerade Nacht geworden Ab ins Schlummerland Na super Ja Das war die heutige Forrest Folge Ich kann gar nicht so lange quatschen Weil Ich werde schon wieder angegriffen Bis zur nächsten Folge Tschüss Scheiße Scheiße Ich bin Und dann Ich bin Entfermung Entfermung Ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020